Hallo, ich möchte jetzt mal einen schönen Geldbeutel zeigen. Der ist aus Leder. Das sieht sehr hübsch aus. Hier hinten hat er einen Reiferschluss. Da haben wir jetzt für Payback so Gutscheine drin. Hier hinten hat er ein Fach. Da kann man einen Geldschein rein tun. Hier hat er ein Fach. Das ist noch so ein Stück Muster drin. Hier ist der Reiferschluss. Für Kleingeld. Das ist auch noch ein Fach. Da kann man einen Geldschein drinnen. Und wenn man hier aufmacht, da hinten ein Fach. Da ist ein Personalausweis drin. Und hier sind für Kreditkarten. Aber ich finde, die gehen hier schwer raus. Jetzt habe ich es da reingemacht. Hier ist kein Fach. Aber hier sind die anderen. Also die kriegt man dann schon raus. Das ist eher Henshuang Lederkollektion. Henghuang oder Henghuang oder Henghuang steht da drauf. Hier ist noch ein wirklich sehr schöner Geldbeutel. Gut verarbeitet. Und schaut echt toll aus mit den Mustern und das Rot. Das war es dann wieder. Macht es gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik